Musik Willkommen zu den internationalen Diensten in deutscher Sprache von Radio IBS Liberty. Heute ist Mittwoch, der 11. Februar 2009. Die Tageslosung für den heutigen Tag. Zuflucht ist bei dem alten Gott. 5. Mose Kapitel 33 Vers 27 Seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Lukas Evangelium Kapitel 1 Vers 50 Das war die Tageslosung für Mittwoch, den 11. Februar 2009. Sie hören die internationalen Dienste in deutscher Sprache von Radio IBS Liberty. Independent Broadcasting Service Liberty England United Kingdom Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.